So, weiter geht's. Nächste Folge. Keine Ahnung welche. 22, 23. Ach, leck mich doch, leck mich doch einfach. Nach ungefähr einer halben Stunde hat man so eine Rage auf das Game einfach. Immer alles kurz und klein schlagen. Ich hasse es, ich hasse es einfach, ich hasse es. So, 3D Jump'n'Run, das ist nicht so unbedingt meine Stärke. Wee! Ahem. Vorsicht, Vorsicht. Ach, wie geil. Ach, komm doch. Schade, es war verschenkter Stein. Backpfeife. Mit der Faust. Batman. Okay, darin ist ne Scheißidee. Ah. Hä? Ich bin gesprungen, alter. Gesprungen. Ach, komm ey. Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Ach, Kapitel 8-4. Wie hieß der Abschnitt, die Koboldmine? Mann. Ach, Maschinchen. Wow. Ne fette Stadt. Eine unterirdische Stadt. Wie geil. Ist das Wasserdampf? Egal. Lieber nicht. Ah. Bäh. Bäm. Schädelbasisbruch. Ach. Ne. Da ist schon wieder eine. Da hinten ist schon wieder eine mit so einem Scheiß Bumerang. 2. 2. 2. Was ist das? Draußen war gerade so ein komisches Geräusch Oh man, wann sind denn mal richtige Specials? Hey, Glück gehabt Alter Vor allem diese Mega-Angriffe, weißt du, die zocken auch so unglaublich viel Kann ich da rein? Nee Nachladen Wieso kann der in den Videos so weit springen und ich kann nur so drei Zentimeter So Schon wieder so blöde Maschinen Wenn man wieder ein richtiges Special findet, das wäre immer so ein kleines Erfolgserlebnis wieder Oh Na klar Oh, ich hasse das kurz Na also Gottes Willen Was ist das denn? Seltenheit 5 Zeitdehner Weil man sowas mal freischalten kann, würde ich auch gerne mal wissen War ich zu sein, ich spoilere mich mal nach der Aufnahme und ich gucke mal, wie viel Kapitel Neck noch hat Weil Ich sag mal, wir haben noch so viele Sachen zu finden Von diesen Specials Da Würde ich um echt zu sein nicht wissen, wie viel Kapitel wir noch machen müssen Glaubst du, das hält mich auf, oder was? Oh, clever gelegt Borgenschütze Borgenschütze Oh, Lava Ne, Magma Ne, Lava Magma ist es ja nur unter der Erdkruste Hier ist es ja schon oben Echt mit einem MG Vorsicht, Kalt Und eine Maschine Borgenschütze Ich kann durch die Wand schlagen Nice Aber die leider auch Immer langsam, Bruder Ich hole mir erstmal da die Leuchtsteine und dann reden wir weiter Ein Schlag wieder, weißt du Da kannst du echt austicken Oh, oh Ne Alter Der zermalmt mich einfach Och ey Und jetzt echt wieder von Anfang Das ist ja mies Also diese blöden Speicherpunkte Wir sind echt Behindert gesetzt Möchte ich sagen Bei euch B pages president Bibel Üirit Fels 안 D zwei Aj let Vet clin avec Voy E èt Ich hätte gerne ein paar Leuchtsteine mehr. Vorsicht. Na also. Um Gottes Willen. Gut, dann machen wir mal hier wieder einen Folgen-Cut. 15 Minuten, das reicht ja eigentlich. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von NEC. Mal sehen, wie oft mich das Spiel noch auf die Palme bringt. Oh, Mann.